Alle bürgerliche Bande sind aufgelöst, sind zerrissen, wenn der Mensch nichts glauben darf. Wenn der Sultan ihn fragt, welche eine Religion denn die wahre ist und Nathan, der als Jude in Jerusalem schlau genug ist und sich nicht entscheidet zwischen dem Judentum, dem Herrscher, dem Sultan, der den Islam verkörpert und dem Christentum, der antwortet eben mit dieser Ringparabel und baut eigentlich ein Bild auf, das davon erzählt, dass die unterschiedlichen drei monotheistischen Religionen tolerant miteinander umgehen sollen. Hat von euch jeder seinen Ring, von seinem Vater, so glaube jeder seinen Ring, den Echten, möglich, dass der Vater die Tyrannei des einen Rings nicht länger ertragen wollen Ich würde sagen, dass der Toleranzgedanke im Zentrum des Stückes steht und somit auch das den ganzen Abend kennzeichnet. Ich glaube, wir leben in einer Situation, in der die Abgrenzung und damit die Ausgrenzung immer noch konstitutiv sind für unser Verhältnis zueinander, wie wir miteinander leben. Tatsächlich ist es aber wirklich interessant, über die Religion und die damit verbundene Ausgrenzung, Abgrenzung, Identitätskonstruktion neu nachzudenken und das ist mit Nathan gut möglich. So muss unter diesen Wesen eine Harmonie sein. Mahmoud